Das war mir richtig klar gewesen. Vielleicht wäre eigentlich die bessere Idee, wenn man dukt. So, der nächste bitte kann mal jemanden hier kommen, damit ich ihn auch enthaupten kann. Was? 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 Zwei Sterne, das ist doch sowas von unmöglich sowas. Das könnte eigentlich gar nicht wahr sein, denn ich meine, ich habe verschiedene Waffen probiert. tea Oder, aber auch müssten wir einfach mehr Fähigkeiten benutzen? Kann auch sein, kann auch sein, ich bin mir nicht sicher. Moment, kommen wir hier irgendwo rein? Weil hier gibt es bestimmt irgendwo eine Wohnung, da wo man Munition und sowas bekommt. Ach hier, ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste es. Boah. Mein Gott, ey. Da noch Lebenspack. So, Windeln erstmal ausgetauscht. Hier? Also ich check mir erstmal hier alles ab. Ich check mal schön hier alles ab. Revolver Munition haben wir erstmal satt. Ja. Mann, Leute, macht doch hier irgendjemand eine Tür auf, bitte. Ich will mir so allein und ich möchte einfach mal in einer Hütte leben. Ich möchte nicht immer da draußen stehen und... Ah, okay. Hier gibt es nur einen. Raum, sehr nice. Boah, 82 Gold. Sehr schön. Hier noch? Ne. Okay, mir geht's gut, Freunde. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ne, das Herz brauche ich gerade nicht. So. Oh la la. Ah. Also hier gibt es mal einen Äster-Eck, glaube ich. La 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 la. Also wir sehen können, ist das auch hier gerade in, äh, 16-Bit, glaube ich. Also die Grafik. Aber es ist halt ein typisches Äster-Eck. Also es ist sehr, ha, interessant. Nur Wang ist King. Tschüss. So, wir wollen erstmal ab. La 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 la. Wetten, ihr bekommt jetzt davon ein Ohrwurm. Da wette ich drauf, ey. Da wette ich drauf. La 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 la. La 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 la. Geil, hier kann man auch rein. Also wir haben wirklich schon einiges verpasst, sag ich mal. Das Munition haben wir hier erstmal satt, ne, ganz ehrlich. Wir haben jetzt, äh, volle Muni und volles Leben. Also heißt das, wir können... Ne, warte mal. Hier fehlt noch uns ein Muni. Warte. Oder? Warte, ich schau mal ganz kurz nach. Ja. Genau. So. Und auf geht's. Oh nein, wieder der Wald. Oh mein Gott. Da, da sehe ich wieder ein paar Hütchen. Verrückt, aber wir sind näher zu meinem Haus. Ich brauche, etwas abzunehmen. Wir sind in eine Hürde, du moron. Und du hast uns zu deinem Haus gebracht. Äh, ja. Ich finde einen Weg aus deinem Haus heraus. Wow. Ah, hier, noch ein Glückskeks. Das hat KI auch gesagt. Wenn ich, wenn ich nur wüsste, was KI bedeutet, dann... ...wäre ich umso informierter... ...wäre ich umso informierter. Äh, ne, 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 ne. Die Umwelt... ...gerade nicht. Da kommt, da kommen welche, da kommen welche. ...aufpassen. So. So. Hauptsitz. So. Was, der lebt ja noch. So, jetzt aber. Äh? What the fuck? Der lebt ja noch. Boah. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das geht ja gar nicht. So. 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 Okay, drei Sterne war ja immerhin sehr gut gewesen. Also. Sehr nice. Vor allem auch mit, auch mit, auch mit den Gegenständen, wisst ihr? Weil, ähm, wir haben auch einige Leute durch die, durch die Umgebung auch gekillt. Was auch sehr viele Karma-Punkte. Und, ähm, ja, und dementsprechend haben wir auch mehr Karma-Punkte bekommen. So. 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 Aber sehen wir mal zu, dass wir endlich mal sicher in unsere Wohnung mal reingehen können. Warte, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. So.